...Hochwasser zum Opfer fallen wird. Und jetzt tun wir was für Ihre guten Vorsätze. Es ist ja immer wieder das gleiche Bild im neuen Jahr. Da wird es richtig voll in den Fitnessstudios bei uns. Aber nach ein paar Wochen ist dann ganz schnell wieder Schluss mit der Sporteuphorie. Weil regelmäßiges Training einfach jede Menge Zeit kostet. Aber ein Studio in Köln-Löwenich will das jetzt ändern und verspricht ein optimales Ergebnis mit nur zwei kurzen Trainingseinheiten pro Woche. Wenn die Wasserbläschen nach oben steigen, bilden sich die ersten Schweißperlen auf der Stirn. Im Kurati-Fitnessclub in Löwenich sind alle Augen auf diese Wassersäule gerichtet. Eine Minute lang sprudelt das Wasser im Innern. Das bedeutet für die Trainierenden Gas geben. Es ist ein Zirkeltraining der ganz besonderen Art. Auch für André Riebesam. Der Kölner geht seit vielen Jahren ins Fitnessstudio. Doch das hier ist auch für ihn eine ganz neue Erfahrung. Es schlaucht sehr stark. Aber ich hoffe, dass das Wohlbefinden nachher wesentlich besser ist. Wenn es funktioniert, finde ich es gut. Ich bin da noch etwas skeptisch. Ich muss die Zeit mit sich bringen und zeigen, ob es funktioniert. Vor dem ersten Training wird der Hobbysportler erst mal eingewiesen. Trainer Oliver Sarnow erklärt die Maschinen und stellt sie individuell auf den Kunden ein. Wichtig ist, das machen sie schon sehr gut, von der Bewegungsausweitung. Dass sie sowohl in der Streckung als auch in der Beugung bis zum kleinen Widerstand die Übung durchführen. Die Einstellungen werden auf einer Chipkarte gespeichert. Dadurch passen sich die Maschinen automatisch dem jeweiligen Mitglied an. Von der Sitzhöhe bis zum Widerstand. Die Fitnesssportler müssen hier nur noch das Wesentliche machen. Also hinsetzen, Startdrücken und aufs Blubbern geht's los. Fitnesstraining leicht gemacht. Vom Zielpublikum her sprechen wir eigentlich grundsätzlich jeder Mann an. Also das Training ist für jedes Alter. Vorteil ist es eben für viele Leute, die aufgrund von Berufswegen oder anderen Tätigkeiten eben nicht so viel Zeit haben. Die können das Training im Optimal teilweise auch in der Mittagspause absolvieren. Oder eben nach der Arbeit in sehr kurzer Zeit. 35 Minuten dauert das Training. Zweimal durchläuft André Riebesam den Zirkel, bestehend aus Kraft- und Ausdauergeräten. Für die ganz Harten bieten die Betreiber auch noch einen reinen Kraftzirkel an. Man merkt wirklich, dass man von der Schulter bis nach unten komplett trainiert hat. Dann die Ausdauer noch dazwischen. Insofern kann ich mir das schon vorstellen, dass wenn man das zweimal die Woche macht, dass das auch das Ergebnis bringt. Ab 59 Euro kostet die Mitgliedschaft im Kurati Fitness Club. Und das neue Konzept legt besonderen Wert auf die Gesundheit der Kunden. Passend dazu haben die Betreiber eine Adventsaktion gestartet. 10% der Einnahmen aus den Thekenverkäufen spenden sie an Ärzte ohne Grenzen. Aber trainieren muss man trotzdem leider selber.